Seit unglaublichen 50 Jahren steht Roland Kaiser auf der Bühne, begeistert mit seinen Songs Millionen. Er singt über die große Liebe, geheime Wünsche und das Fremdgehen. Um letzteres geht es auch in seinem neuesten Song Mein Geheimnis, den der Schlagerstars jüngst während seiner Stadion-Tournee erstmals vorstellte. Darin singt Roland Kaiser diese Zeilen. Es gibt Sünden, die man niemals begeht. Es gibt Taten, die man keinem gesteht. Es gibt Träume, für die man sich am Morgen danach schämt. Doch nach denen man sich immer wieder sehnt. Wen er damit meint? Vielleicht seine Ehefrau Silvia. Denn die war nicht immer als Gattin an seiner Seite. Bevor die beiden ihre Liebe 1996 mit einer Traumhochzeit krönten, lebte der Kaiser jahrelang ein Doppelleben. Und auch seine Silvia war zu Beginn ihrer Romanze noch verheiratet. Dabei hat es zwischen dem gebürtigen Berliner und der hübschen Blondine bereits in den 1980ern gefunkt. Doch auch damals waren beide noch in festen Händen. Roland Kaiser war von 1980 bis 1990 mit seiner ersten Frau Christina verheiratet. Noch im Jahr der Scheidung heiratete er ein zweites Mal, allerdings nicht seine Silvia, sondern Schauspielerin Anja Schüte. Mit ihr war er auch zusammen, als die Affäre mit seiner heutigen Ehefrau 1993 begann. Fast zehn Jahre waren Vergangenen, seit wir uns das erste Mal begegnet waren. Seit sie mich zum ersten Mal angesehen hatte, mit ihren großen grünen Augen, diesem Blick ohne Urteil, voller Neugier. Immer noch, immer wieder faszinierten mich diese Augen. Ich las in ihnen, sie verbargen nichts, in ihnen fand ich Wärme und Fürsorge und immer auch einen Funken Erotik, schwärmte Roland Kaiser einst gegenüber t-online.de über das Wiedersehen mit seiner Traumfrau. Lange hatte ich mich gegen die Anziehung gewährt. Doch mit den Jahren, mit unseren seltenen Treffen und zahllosen Telefonaten, war etwas entstanden, das stärker war als Anziehung. Das Feuer der Liebe loderte zwischen Roland Kaiser und der damals noch ebenfalls verheirateten Silvia. Ihre Gefühle füreinander wurden immer stärker, immer intensiver. Doch auch die Gewissensbisse und die Heimlichkeiten und Lügen, das Versteckspiel und ständige Pendeln zwischen zwei Welten, wie der Schlagersänger es beschrieb, belasteten ihn sehr. Vor allem, da beide zu diesem Zeitpunkt bereits je einen Sohn hatten, Silvia und ich hatten beide eine Familie, die wir auseinanderrissen, wenn sie ihren Mann und ich meine Frau verließ, erklärte Roland Kaiser t-online.de einmal rückblickend. Also beendete er die Affäre. Um schnell und heftig zu spüren, dass ich Silvia auf keinen Fall verlieren wollte. Sie war die Frau, mit der ich leben wollte. Mit ihr wollte ich Zahnpastatube und Abwasch teilen, Kinder bekommen, ein Haus bauen, einen Baum pflanzen, alt werden, resümierte er. Ein Versprechen, das er bis heute hält. Seit 28 Jahren führen Roland Kaiser und seine Silvia eine glückliche Ehe, die von der Geburt der gemeinsamen Tochter Annalena gekrönt wurde.